Hallo und herzlich willkommen zur Roten Couch Express auf der Embedded World 2019. Ich befinde mich hier gerade am Stand von B Plus und freue mich sehr heute hier Herrn Adrian Bertl zu begrüßen. Herr Bertl ist Teamleiter Marketing und ja schön dass Sie es geschafft haben hier. Hallo. Ja zunächst mal die Frage was ist Ihr Highlight auf der Embedded World 2019? Wir zeigen hier auf der Embedded World unsere Automotive Validation Toolchain. Das ist unser Highlight. Das ist eine komplette Toolchain mit der man autonome Systeme entwickeln kann. Welche Bedeutung hat das für Ihr Portfolio? Im Wesentlichen hatten wir früher einzelne Produkte die wir rausgebracht haben und wir haben jetzt ein komplettes Portfolio daraus gemacht welches Alveto beinhaltet. Also sprich früher hatten wir einzelne Produkte, jetzt ist die Bedeutung gewachsen weil wir eher User Cases ansprechen, eher Anwendungslösungen anbieten als einzelne Produkte. Und als letzte Frage interessiert mich noch welche Vorteile bieten sich damit dem Anwender? Der Anwender bekommt jetzt statt einzelne Produkte und dem Problem sich damit zu beschäftigen wie diese zusammenarbeiten ein in sich geschlossenes System mit dem man verschiedene Aufgabenstellungen lösen kann. Das erste wäre das Thema Aufnahme von Daten im Fahrzeug. Das zweite wäre das Thema Connectivity, Datenmanagement. Das dritte wäre das Thema Datenanalyse im Fahrzeug, also Live-Datenanalyse im Fahrzeug. Thema KI, Thema Big Data und das letzte wäre Hardware in the Loop, Software in the Loop mit Real Daten. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und für die interessanten Einblicke. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.